Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus. Ja, es ist ein neuer Part und ihr seht schon, es wird eine neue Karriere auf diesem Kanal geben. Zunächst einmal ganz wichtig, wenn euch das Video gefällt und wenn euch die Idee und der Verein gefällt, beziehungsweise das Ganze hier, das Gesamtpaket quasi mit mir zusammen, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr überfreuen, wäre eine großartige Geste. Wir haben beim letzten Mal, naja, die letzte Episode hat Gerd vom Karrieremodus, der ist sehr gut angekommen und ich hoffe, dass auch diese Episode hier gut ankommen wird. Und die andere Geschichte ist, naja, ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich das Ganze benennen werde. Entweder ich werde jetzt hier Staffel 2 Folge 1 draus machen quasi oder ich werde die Zahlen fortführen, das heißt Karrieremodus 92, aber ihr wisst dann halt, dass bei 1 wieder anfängt, das steht auch im Thumbnail dann drin, dass da halt erste Folge ist, beziehungsweise 1, 2, 3, das geht wieder bei 1 los im Thumbnail dann und da steht trotzdem Karrieremodus Nummer 92. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich da Staffel 2 Folge 1 schreibe oder irgendwie sowas in der Art, ja. Damit ihr da Bescheid wisst und eine neue Playlist gibt es natürlich auch für diesen Karrieremodus. Und ja, das ist quasi noch das, was ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, was ja eure Meinung dazu ist, was ihr besser fändet. Ähm, ja, das war es dann eigentlich quasi schon zu dieser Aussage, beziehungsweise zu dieser Geschichte. Wir starten eine neue Karriere und ich habe lange überlegt, es gab viele Vereine in der Auswahl, weil unter anderem habe ich überlegt, mache ich eventuell in Spanien was und zwar mit Villarreal, mache ich eventuell in England was, aber bei England haben wir Newcastle schon gehabt und auch wenn es die lizenzierten Stadien gibt, ist das dann langweilig, weil wir schon mal in der Premier League waren. Ich habe mir überlegt, machen wir in Frankreich was, habe ich mir überlegt, welcher Verein wäre da gut. Unter anderem Monaco war da in der Auswahl bei mir, Bordeaux habe ich mir auch überlegt, weil die halt vorne Diabaté drin haben, den ich ziemlich cool finde. Äh, Lille habe ich mir auch überlegt, ob das eventuell eine Möglichkeit wäre. Äh, Mager ist mir zu stark, Montpellier wäre mir auch zu stark, Nies wäre noch ganz cool gewesen, wegen Carlos Eduardo natürlich. Lyon ist mir auch zu stark, leider Gottes. Saint-Étienne wäre auch noch möglich gewesen an sich und ansonsten war es das fast schon und im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, obwohl hier, die wären auch eine Möglichkeit gewesen, sehe ich gerade, Toulouse. Aber ich habe mich dann entschieden, das nicht zu machen, weil die französische Liga nicht so cool ist. Ich habe mir dann lange überlegt, mache ich was mit international, beziehungsweise AC Milan, also mit Inter oder AC Mailand, nicht international, also ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, bei Inter ist es daran gescheitert, dass ich, naja, den Verein nicht sonderlich krass finde und bei Milan ist es im Endeffekt daran gescheitert, dass der Verein einfach in FIFA noch zu stark ist, beziehungsweise noch nicht so ist, wie es in der Realität ist. Es wird immer noch zum Ziel gesetzt, ich habe mal nachgeguckt, dass man Meister wird und das ist einfach nicht das, was ich möchte. Und es hat nicht gemacht, zurück zu alter Stärke quasi, aber das ganze Projekt ist dann jetzt ein bisschen über den Haufen geworfen worden, dadurch, dass FIFA das noch nicht so wirklich angepasst hat. Niederlande und so sind an sich auch nicht uninteressant, Portugal auch, aber es gibt einfach zu wenige Vereine, die da irgendwie international, beziehungsweise die da eine Rolle spielen und bei denen es auch Abwechslung gibt, weil wir wollen natürlich eine Liga haben, in der man aufsteigen kann oder absteigen kann. Und dann habe ich mir überlegt, mache ich was in der zweiten Bundesliga. Aber in der zweiten Bundesliga gibt es nicht so wirklich die Teams, bei denen ich sage, boah, das ist der absolute Kracher und das würde ich gerne machen. In der ersten Bundesliga gibt es die eigentlich auch nicht, weil es gibt nur Köln, Werder, Bremen, Hamburg und noch einen Verein, bei dem ich sagen würde, okay, mit dem würde ich das machen. Frankfurt wäre eine Möglichkeit, weil Frankfurt einen interessanten Kader hat, Augsburg natürlich auch, aber das sind alles so Vereine, bei denen ich immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, nein. Und dann habe ich natürlich meinen Verein, Hannover 96, sind durchschnittlich gut, sie sind nicht besonders krass, aber sie sind in Ordnung, sage ich mal. Und ich habe mir jetzt entschlossen, ich starte bei Hannover 96 und zwar meinen neuen Karrieremodus. Das Ganze wird auf Mittel sein, wir werden die aktuellen Kader herunterladen, wir werden in der HDI Arena spielen und ich werde versuchen, das Ganze natürlich, es geht nicht objektiv im Karrieremodus, es geht ja darum, dass man seinen Verein pusht, aber ich glaube, gerade weil ich ja auch Hannover-Fan bin, kann ich das hier relativ realistisch rüberbringen. Einfach, weil ich weiß, was der Verein braucht und weil ich weiß, wie ich meinen Verein sehen möchte und ich denke gerade, deswegen ist das ganz gut. Die Strengung bei den Finanzen ist auf Mittel, die Spielschwierigkeit natürlich bei Legende, gar keine Frage, Währung bei Euro und naja, wir werden damit jetzt durchstarten. Ich hatte mir sogar Hajimas Tour erstellt, das hat ganz schön lang gedauert für den Milan-Karrieremodus, im Endeffekt ist dann aber daran gescheitert, dass die, nein. So, da sind wir, wir waren ja schon mal äußerst stark, dass ich einfach weitergegangen bin, ist natürlich der Hammer. Ich habe natürlich auch vollkommen den Faden verloren, aber das ist nicht so schlimm, wir werden jetzt einfach unseren Trainer hier erstellen, das ist natürlich wieder Max-MGT, gar keine Frage. Ich hatte Hajimas Tour erstellt und leider Gottes hatte der sogar 71, obwohl die Werte richtig scheiße waren, also das ist ganz komisch mit den Werten bei FIFA. Man hat davor Feister-Skills gehabt und jetzt habe ich das Ganze über den Haufen geworfen, einfach, warum habe ich Italien gemacht? Einfach, weil ich, naja, nicht mit dem Mailand spiele. Wir spielen in Hemd und Schlips, das Ganze ist marineblau, wir sind hell und wir sind regulär und damit können wir dann weitergehen. Hannover 96 beruft MGT als neuen Chef. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass MGT neuer Trainer bei Hannover 96, weil man weiß nicht, welche anderen Kandidaten noch im Gespräch waren. Der Vorstandsvorsitzende sagte nur, ein zielstrebiger Typ, der uns sicher den Erfolg bescheren wird, den wir uns wünschen. Wir haben natürlich auch mit anderen Bewerbern gesprochen, aber letztendlich sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass MGT am besten zum Verein und zu sonst was noch passt. Hannover 96, Startjob an Stoke City verkauft für 9 Millionen. Eigentlich ist Ablöse freigegangen, aber auch das ist so eine Geschichte bei FIFA und natürlich kriege ich trotzdem nicht die 9 Millionen auf mein Konto überwiesen. Wir haben übrigens die Möglichkeit, uns einmal einen Starspieler zu scouten, die Option habe ich mir einmal den zu kaufen und eine Transferspritze quasi zu bekommen. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr das sehen, denn, naja, das wäre eine ganz coole Möglichkeit, eigentlich mal ein bisschen mehr bei 96 machen zu können. Zumindest auch mit dem Starspieler. Bei der Finanzspritze müsst ihr entscheiden, das ist mir eigentlich vollkommen egal, ist eure komplette Entscheidungsmacht, von der würde ich dann natürlich auch unter anderem Scouts kaufen, also Jugendscouts, was eigentlich gar nicht mal so uncool wäre, zumindest meiner Meinung nach. Wir haben natürlich die aktualisierten Kader, das heißt, wir haben unter anderem einen Pereira jetzt schon in der Mannschaft, den sehen wir hier. Wir haben auch einen Miko Albonos, der leider Gottes immer noch relativ langsam ist, mit 71 Antritt und 65 Sprintgeschwindigkeit, aber schon wieder geupgradet wurde, auf 70. Wir haben einen Salif Sané, der immerhin wieder auf 71 ist. Wir haben einen Hiroshi Kiyotake, der auf 75 ist. Wir haben einen Jimmy Briand, der weiterhin auf 73 ist. Unser José Luis auf 75, wir haben Bittencourt auf 75, der auch geupgradet wurde, obwohl er nie spielt. Und wir haben ansonsten auch eigentlich einen relativ starken Kader, natürlich mit unserem Neuzugang Didi, Jakunan noch dabei. Den werde ich auch direkt mal hochberufen, quasi für ernst. Und in dieser ersten Folge geht es natürlich vor allem darum, den Kader ein bisschen auszudimmen, beziehungsweise zu verstärken, beziehungsweise Scouts zu engagieren und dann mal zu schauen, was denn so abgeht. Nationales Pokalziel, die Runde der letzten 32 erhalten. Aha, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Dazu haben wir dann noch die Aufgabe, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, und zwar nach dem Stürmer Ausschau zu halten. Eigentlich brauchen wir das ehrlich gesagt nicht, weil wir haben drei Stürmer. Und das ist nicht so interessant, aber wir werden mal Julian Brandt beobachten. Vielleicht wäre das ein mögliches Leihgeschäft, was man machen könnte. Genauso das gleiche bei Khan Eihahn. Die anderen hier sind bisher nicht interessant. Nein, bleiben auch uninteressant. Von daher packen wir das Ganze mal weg. Bröker stellt sich vor, Zieler Verletzungsupdate. Aha, Zieler hat also einen Hüftmuskelriss. Das ist sehr interessant. Normalerweise hat er das nicht, aber schön, dass er hier jetzt eins hat und trotzdem gar nicht verletzt ist, wie es aussieht. Das ist natürlich Hammer. Egal, gut, alles klar. Ich würde sagen, wir machen mal unseren Kader. Wir gucken mal unseren Kader an. Jetzt ist hier irgendwas ausgegangen. Das Ganze scheint hier nicht unter einem guten Stern zu stehen, denn es ist jetzt das zweite Mal was schiefgegangen, und zwar ist die Algato abgestürzt. Ich hoffe, dass wir irgendwie noch zumindest einen Teil von dem, was ich sagen wollte, da haben. Und ansonsten, wenn wir natürlich erstmal unseren Kader angucken, ist ganz klar, wir wollen sehen, was wir hier so haben. Zieler ist erst in sieben Wochen angeblich wieder fit, was ich irgendwie ziemlich unfair finde, weil eigentlich hat er keinen Hüftmuskelriss, aber gut, von mir aus. Was heißt von mir aus? Eigentlich nicht von mir aus, aber gut. Vertrag läuft in zwölf Monaten aus von João Pereira. Auch den wollen wir natürlich behalten. Von daher werden wir den direkt mal verlängern. Zusätzliche Jahre zwei und von mir aus auch drei. Und er bleibt essentieller Stammspieler. So, mal sehen, was er dazu sagt. Als nächstes haben wir Marcelo, der eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht, mit 79 Kopfballpräzision unter anderem ausgestattet. Wir haben Christian Schulz. Wir haben Miko Albornoz, den ich natürlich sehr, sehr mag und der hoffentlich auch ein bisschen sich entwickeln kann. Schmiedebach, unseren alten Kämpfertypen. Wir haben Salif Sané. Wir haben Jimmy, der ist sogar noch relativ jung, fiel mir gerade wieder mal auf. Wir haben Jimmy Briand, der eigentlich auch noch für zwölf Monate da ist, aber der anscheinend, ups, anscheinend länger Vertrag hat. Aber schön von mir aus. Oder? Gucken wir mal nach. Restlichen Vertrag so ein Jahr. Okay, dann machen wir mal zwei Jahre draus. So, wichtiger Stammspieler. Dann haben wir hier Roshi Kiyotake, der natürlich auch gekauft wurde vor der Saison von Nürnberg. Wir haben einen Lars Stindl, der wohl der beste Spieler bei uns im Kader ist, neben Zieler. Wir haben natürlich auch noch Rosse Lu, der nicht für sieben, sondern für fünf Millionen gekommen ist, aber auch das kann natürlich FIFA mal wieder nicht wissen. Wir haben Maurice Hirsch, der geupgradet wurde immer noch schon mal auf 62, was ganz schön ist. Auch den Vertrag werden wir direkt mal verlängern, weil ich Hirsch sehr sympathisch finde und er ein Rotationsspieler ist. Sehr, sehr gut. Dazu haben wir, gucken wir mal weiter ein, Leonardo Bittencourt, der großes Potenzial zeigt, was sehr, sehr schön ist. Wir haben einen Edgar Pripp. Wir haben Arthur Soböck. Wir haben Philippe. Wir haben Robert Alma. Wir haben Leon Andrösen. Auch den Vertrag werden wir direkt mal verlängern, ohne Kompromisse. Weil André Hasen für mich eine Kultfigur ist, der zu Hannover gehört einfach. So, machen wir so. Und des Weiteren haben wir noch einen Marius Stankiewiczius, der von Giazente Spohr gekommen ist und den Power-Einwurf quasi hat. Wir haben Timo Königsmann, dessen Vertrag auch ausläuft und den ich definitiv verleihen werde. Das ist gar keine Frage. Er ist künftiger Stammspieler und das bleibt er auch. Wir haben einen Sebastian Ernst. Auch den werde ich natürlich verleihen. Wir haben Kevin Krottke. Auch den werde ich verleihen. Wir haben Niklas Teichgräber. Auch den werde ich verleihen. Tim Diersen werde ich ebenfalls verleihen. Kena Karaman werde ich verleihen. Yannick Schulze werde ich auch verleihen. Beziehungsweise, na doch, werde ich auch verleihen. Und Hiroki Sakai haben wir dann noch. André Hoffmann, Cheyung, Gülzelam. Didi Yakunan, dessen Vertrag auch ausläuft. Was ist denn hier los, Alter? Geht ja gar nicht. Wichtiger. Von mir ist es ein sehrer Stammspieler. Christian Panda haben wir dann noch, dessen Vertrag läuft auch aus. Das ist ja alles andere als schön. Christian Pandas Vertrag darf gar nicht auslaufen. Nur zwei Jahre hängen wir da mal dran. Was haben wir dann noch gehabt? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Jan Schlaudraff, dessen Vertrag ausläuft. Und Markus Miller, bei dem weiß ich auch noch nicht, ob ich da irgendwas machen werde. Wir haben drei Spieler hier verliehen. Und zwar Walme, Suleymanian und Jum Berlin. Wladimir Rankowitsch an Erzgebirge Aue und Samuel Radlinger an den 1. FC Nürnberg. So, dementsprechend haben wir einen anständigen Kader und können mal auf die Transferliste schauen, was wir da so machen werden. Denn wir wollen natürlich in der Hannover typischen 4-2-3-1-Formation spielen. Beziehungsweise ist das momentan noch mein Plan. Eventuell werde ich das Ganze umstellen zu einem 4-3-3. Aber ich glaube erst mal 4-2-3-1. Und das heißt, wir haben eine Spitze. Wir haben aber dafür ein paar Stürmer. Und zwar haben wir 5. Wir werden Kena Karaman verleihen. Wir werden Kevin Krottke verleihen. Das sind die beiden Stürmer, bei denen ich mir sicher bin, dass ich verleihen werde. Auch bei Sobirk werde ich es versuchen. Sobirk ist noch relativ jung, kann sich entwickeln. Und Jakunan und Roselu werden die beiden Stürmer, die bei mir eher gesetzt werden, als Sobirk, weil Jakunan der essentieller Stammspieler ist. Und ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte. So, zentrales Mittelfeld. Zentral offensiv war Tim Diersen und Lars Stindl. Da können wir allerdings auch andere Spieler hinsetzen. Deswegen werden wir Diersen verleihen. Beispielsweise ein Prip kann da spielen. Ein Ernst wird auch verliehen, weil er einfach noch jung ist und nicht die Spielpraxis bei uns bekommen wird. Maurice Hirsch, da bin ich noch am überlegen, ob ich den wirklich verleihen will. Wir haben halt mehrere Sechser. Wir haben insgesamt 3 hier momentan. Auch Stindl könnte theoretisch mit auf der 6 spielen. Prip auch. Von daher, naja, Schlaudow könnte auch Zehner spielen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da wirklich den Hirsch verleihen möchte. Müssen wir mal schauen. Jimmy Briochi, Otake, Bittencourt, Zuleimani, Sakai, Pereira, Panda, Albonos, Teichgräber, Stankgewitz. Da kommt die Innenverteidigung und da ist es interessant. Denn wir werden Teichgräber verleihen, wir werden Schulze verleihen und wir werden auch noch irgendwie einen verkaufen, eventuell glaube ich zumindest. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Innenverteidiger, 6 Innenverteidiger. Das heißt, wir können definitiv noch einen verkaufen. Und da würde ich mich fast schon für Felipe entscheiden, weil Felipe auch in Realität gerade nicht unbedingt auf dem aufsteigenden Ast bei uns ist, sondern wegen Disziplinlosigkeit sogar in die zweite Mannschaft versetzt wurde, wie damals auch Salif Sané. So, alles klar, wir machen mal weiter und schauen, was uns so erwartet. Hier an Transferangeboten Calvin Miller haben wir da von Celtic. So wirkliche Transfers weiß ich gar nicht, was ich machen will. Deswegen schreibt mir das mal in die Kommentare. Natürlich habe ich ein bisschen Vorstellung, aber ich habe jetzt nicht so wirkliche Wünsche momentan, denn der Kader ist meiner Meinung nach eigentlich relativ gut aufgestellt. Müssen wir mal weiter schauen. So, Schulz möchte ich ehrlich gesagt nicht verkaufen, auch nicht für 2,6 Millionen, auch wenn es über Marktwert ist. Auch wenn er eventuell, oh, guck mal, Karlsruhe, perfekter Verein, für den ich gerne, ja, die Hand ins Feuer lege, dass die sich gut mit Tim anstellen werden. So, was wollte ich tun? Ich wollte mal nachgucken, wo wir Bedarf hätten. Oder 10 hätten wir theoretisch Bedarf. Wir hätten auf den Außenpositionen eigentlich, ja, ein bisschen Bedarf, ein bisschen Bedarf, aber auch nicht viel. So, wir stellen direkt mal Hoffmann rein, machen wir unsere Standardaufstellung. Marcelo wird da bleiben, Andreasen wird auch auf der Bank bleiben erstmal, Prip wird nicht reinkommen, Briand auf der rechten Seite, das ist so ein bisschen die vakante Position, oder die vakanteste Position. Da würde ich eigentlich eher Jakunan hinstellen, dann würde ich auf die Bank, so, nee, so, Philippe runter, Panda drauf, und dann passt das eigentlich, wenn wir Briand hier hinsetzen noch, dann passt das wirklich ganz gut. Alma, ja, doch, Alma lassen wir drauf, oder machen wir Miller drauf, wir machen, nee, Alma hat gar nicht seinen coolen Bart, aber egal, wir lassen mal Miller drauf. Sakai lassen wir runter, Sakai würde ich eigentlich fast schon verkaufen, und ich würde mir einen jungen Nachwuchsspieler holen, auf der rechten Seite. Auf der linken Seite, weiß ich noch nicht so wirklich, da haben wir halt Albonos und Panda, Panda könnte auch auf A6 spielen, beziehungsweise würde man ja mehr auf A6 auch zum Einsatz kommen, aber wir werden erstmal schauen, was wir bisher gescoutet haben, und was unsere Scout-Aufträge sind natürlich. Vielversprechend, jede Position ist immer super, und Stammtieblerqualität ist auch immer super, aber das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen einen Stürmer, und zwar einen am besten Vierfall, obwohl wir brauchen eigentlich drei Stürmer, egal, wir machen mal einen Vierfall sprechenden Stürmer, der temporeich ist, denn wir brauchen einen schnellen Stürmer, wo ist denn temporeich? Da ist temporeich, und den suchen wir im Bereich bis 20 Jahre, und der Rest ist erstmal egal, wir suchen auch noch Flügelspieler, Flügelstürmer eher, die auch vielversprechend sind, und temporeich. Wir brauchen eigentlich an sich, wir haben wirklich keinen Bedarf, auf eine mögliche Position, die können wir dementsprechend ganz frei von der Schnauze weg, äh, von der Schnauze weg, von der Leber weg, äh, ich werde ihn nicht jeden Spieler verpflichten, vielleicht auch gar keinen davon, aber Vorschläge können ja immer mal gemacht werden, wo wir von 23 bis 35 die Vertragsdauer von nur einem Jahr haben, ich denke mal, ist ganz klar, was ich damit machen will, und zwar im Idealfall, ein paar Spieler für null verpflichten, beziehungsweise in der Winterpause mal aktiv werden, und schauen, was man da so günstig ergattern kann. Abschlussbericht zu Julian Brandt, und Transferangebot für Philippe vom 1. FC Köln, 2,5 Millionen, weil es ein direkter Konkurrent ist, mein Ziel habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt, Saisonziel, ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht bekommen, muss ich gleich mal schauen, Julian Brandt haben wir einen Abschlussbericht für, und der ist an sich nicht schlecht, Justuf Paulsen wäre ein sehr interessanter Spieler an sich, äh, kann Eihahn, Timo Werner ist für mich nicht interessant, und den Rest packen wir hier auch alles mal weg, bis ich jemanden sehe, der interessant ist, haben wir leider Gottes nicht, schade, schade, aber das ist auch nicht so schlimm, wir hatten ja noch andere Spieler, die wir gescoutet hatten bereits, und da gucken wir auch nochmal eben nach, was wir da so haben, zwölf Spieler aus Español, und zwar Andres Robles, der ganz cool ist eigentlich, Ruben Garcia, Castilejo, nee, ist nicht mal ein Spieler, Chiri, Torwart wäre eventuell gar nicht mal so schlecht eigentlich, Lucas Perez, Sergio Araujo, Aitor, äh, nee, der ist ein bisschen zu schlecht, Kike Sola, Ike Chukwu Uche, Oskar und Ivanchet, ich werde nochmal einen neuen Scout-Auftrag erstellen, und zwar, dass wir einen, äh, äh, Torwart kriegen, einen vielversprechenden, Torwart, vielversprechend und groß, und der sollte im Bereich, bis, 20 Jahre wieder liegen, denn, äh, Zieler und dann Miller und Alma, Alma ist nicht so top, Miller ist alt und verletzungsanfällig, von daher, ja, so, Felipe geht zum 1. FC Köln, wie es momentan aussieht, die haben sich entschlossen, wir kaufen, den Brasilianer von Hannover 96, was sehr, sehr schön ist, damit haben wir schon mal einen Spieler weniger, in unserem sehr vollen Kader, beziehungsweise meiner Meinung nach sehr vollen Kader, weil wir sehr viele Spieler haben, die wir eigentlich so gar nicht brauchen, ich habe ja sowieso jetzt ausgemistet, müssen wir mal schauen, wie das Ganze wird, Transferangebot für Arthur Soberg, Leihangebot von Borussia Mönchengladbach, ja, das lehne ich mal lieber ab, weil der Gladbach mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gut ist, schon, ich glaube, dass er da viel zum Einsatz kommen würde, und ich will ja, dass er spielt, deswegen verleihe ich ihn, ja, Kahn Eihahn, Tranquillo Banetta, und dann noch Carlos Zambrano, das sind also die Spieler, die auslaufen, Michael Zetterer, dann haben wir Marius Wolf, den beobachte ich mal, Melvin Lorenzen kann ich auch mal beobachten, Odysseus Vlachodimos, wäre gar nicht mal so uninteressant, Baumgartlingers Vertrag, Carlos Zambranos Vertrag, Villariniers Vertrag läuft aus, das wäre mit am interessantesten, weil ich Villarini ja einen sehr guten Spieler finde, Kahn Eihahn, hat an sich nicht schlechte Werte, aber ich werde den mal weiter auf Beobachtungsliste lassen, quasi Beobachtungsliste, mal sehen, was sich da noch so entwickelt, so, 96, mit einem wunderbaren Apostroph, das da irgendwie fehlt, aber das ist ja nicht so schlimm an sich, wir machen einfach mal weiter und schauen, was passiert, wir haben wieder das Transferangebot, und zwar wieder für Arthur Soberg, und diesmal von Greuther für, das nehme ich sehr gerne an, denn diese in der zweiten Liga können Soberg gut gebrauchen, und da wird er hoffentlich die Spielpraxis bekommen, die er verdient, Josef Paulson und Andres Robles, haben wir hier die Abschlussberichte, zu Josef Paulson, der sieht an sich nicht schlecht aus, während Stürmern ihn mir vorstellen könnte in Zukunft, aber ist gerade erst auch zu, glaube ich, zu Red Bull gewechselt in der Karriere hier, beziehungsweise, nee, er ist schon länger da, aber ich werde ihn trotzdem nochmal nicht kaufen, glaube ich, oder? Na, nee, erstmal nicht, Vlachodimos, was hat der, hat er noch nicht, ist noch nicht fertig, Marius Wolf auch noch nicht, von daher machen wir mal weiter erstmal, und schauen, ob wir weitere Angebote bekommen, für unsere Ersatz, beziehungsweise, ja, Nachwuchsspieler, die wir teilweise loswerden wollen, wir haben wieder ein Angebot, für Sebastian Ernst, von Gunthorpe, werden wir natürlich annehmen, denn, ja, Niederichklassige, oder sagen wir mal so, diese sehr low-gradeten Spieler, können nur zu diesem Verein gehen, beziehungsweise, sollte man immer direkt verleihen, wenn man ein Angebot bekommt, weil so viele kriegt man dafür nicht, Melvin Lorenzen, scheint ein sehr schneller Bub zu sein, sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, von den Werten her, werde ich mal weiter beobachten, mal sehen, wie der sich macht, und ob der Spielpraxis bekommt, und ich wusste gar nicht, dass der so schnell ist, beziehungsweise hätte ich das vielleicht wissen sollen, nachdem er gegen 96, uns die Bude reingedrückt hat, aber gut, sowas passiert, dann haben wir hier noch ein paar Spieler, die, ja, deren Verträge auslaufen, aber ist niemand von interessant, deswegen lassen wir das Ganze mal, so wie es ist, und Sevilla verpflichtet Jefferson Verfahren für 18 Millionen Euro, das heißt, Schalke ist ein verletzungsanfälliger Spieler in diesem Karrieremodus hier mal los geworden, was natürlich sehr interessant ist, die letzte Hannover 96 Karriere, eventuell erinnert sich noch jemand dran, auf meinem alten Kanal habe ich die mal gemacht, glaube ich zumindest, dass es auf meinem alten Kanal war, da habe ich mir Russell irgendwann mal gekauft, und da war ich ganz, ganz lange umgeschlagen, ich war zwar nicht Meister oder sowas, ich bin glaube ich aus dem Pokal rausgeflogen, aber in der Liga war ich ganz, ganz lange umgeschlagen, die Wolverhampton Wanderers, wollen Kenan Karamann haben, können sie gerne haben, das war eine relativ lustige Karriere eigentlich, allerdings war ich damals natürlich noch ganz, ganz anders vom Kommentierstil her und von der Souveränität her, in der ich das hier mache, denn mittlerweile ist das schon deutlich besser geworden, denke ich mal, hoffe ich mal oder so, Robert Almer möchte gerne spielen, er will Spielzeit haben, wir spielen gegen Zelda Vigor, wir werden natürlich zwar die B-Elf spielen lassen, aber ich glaube nicht, dass Almer zum Einsatz kommen wird, er kommt zwar auf die Bank, aber mehr auch nicht, Hiroki Sakai, ich wollte ja noch einen jungen Außenverteidiger suchen, ich glaube ich lasse Sakai sich mal präsentieren, weil Sakai ist einfach der Spieler, den ich aus dem Kader momentan am wenigsten mag, auch wenn er sympathisch ist, aber er ist einfach kein Spieler, den ich gerne momentan sehe, bei uns auf dem Platz stehend und von daher schaue ich hier mal nach, Scout Aufträge und dann suchen wir mal einen Außenverteidiger, das ist übrigens Innenverteidiger hier, warum auch immer, das ist vielversprechend und temporeich, noch klar gehen wir wieder auf das Alter von 20, wir kennen es ja schon und dann gucken wir mal, dass wir eventuell Sakai loswerden können, nicht Spieler suchen, wir wollen verkaufen, so, zack, und wo haben wir Sakai, da haben wir Sakai, nicht Vertrag, Transferliste, so, Sakai darfst du dir dann noch gleich präsentieren im Spiel, gegen Celta de Vigo, wir lassen sich auch des weiteren Jakunan präsentieren, nee, Briand stellen wir mal in den Sturm, der müsste eigentlich auch Stürmer noch spielen können, oder? Ist das hier geändert worden? Nee, kann natürlich spielen, links Bittencourt, mal sich ausprobieren, dann haben wir Sané, der geht mal raus für, obwohl, der kann mal spielen, Pripp kommt dann auf die 6, für Schmiedebach, Innenverteidigung, könnte sich mal ein, Dankevizius, oder ein Teichgräber empfehlen, aber ich glaube, ich lasse gegen Celta de Vigo mal die Stammspieler spielen, aber die setze ich mal auf die Bank hier, so ein Schulz, so ein Hirsch, so ein Teichgräber, und so weiter, und so fort, so ein Schlaudraff, könnte eigentlich mal eine Startelf für Stindl, Gülselam könnte in die Innenverteidigung für Marcelo, kann er das spielen? Ich glaube schon, ja, kann er, Hoffmann, Dankevizius, wir lassen hier natürlich die B-Garde spielen, ist ganz klar, dann lassen wir natürlich auch Sakai spielen, Albanos ist eigentlich für mich eher der Stammspieler, neben Panda, aber Panda setze ich mal weiter nach oben hier für Schulz, egal, wir lassen das so, und gehen ins erste simulierte Spielchen hinein, mal sehen, wie wir uns schlagen werden, die Folge ist natürlich jetzt relativ lang schon, aber, naja, in den nächsten Episoden wird es dann halt erst richtig, interessant, und ich weiß ja sowieso, dass ihr lange Episoden mögt, von daher passt das schon, so, nach 10 Minuten bleibt es beim 0-0, 1-0 durch Schlaudraff, das heißt, sein Einsatz hat sich direkt mal gelohnt, der Amor kriegt die gelbe Karte, Nolito geht verletzt raus, Fernandes kommt für ihn in die Partie, hoffentlich ist das kein schlechtes Ohm, Schlaudraff macht das 2-0, das heißt, er legt gleich mal einen Doppelpack, empfiehlt sich also für weitere Aufgaben, ist aber eigentlich immer so, dass Schlaudraff in der Vorbereitung relativ gut spielt, und dann trotzdem keine Einsatzzeit bekommt, ist halt einfach alt, und naja, Prip kriegt dann auch, ja, ein Törchen, und Gülselam gelb-rot in seinem ersten Spiel, wunderbar, so kennt man ihn, und Transferangebot für Kevin Crotke erhalten, von Northampton, auch da kann der direkt gerne hin, gegen gar kein Thema, mal sehen, ob er da auch spielen wird, das ist die große Frage, aber wir werden schauen, natürlich ist Gülselams Formel Slamer runter, aber ansonsten sieht das sehr, sehr schön aus, Schlaudraff hier direkt mal mit einem Formplus, was auch ganz klar ist, wenn er zweimal trifft, 3-0 Siege im ersten Spiel ist, denke ich mal, relativ souverän, kann man auf jeden Fall so machen, und das nächste Spiel ist dann gegen Nantes, so, Hiroki sagt, kann ich mal ein Angebot für bekommen, da erhebe ich aber auf 2,9 Millionen, auch weil Frankfurt direkter Konkurrent ist, Jakunana war auch ein Angebot, 6,5 Millionen von Getafe, wenn sie mir 16,5 geben, können sie Jakunana gerne haben, aber so erstmal noch nicht, ich würde sagen, ich mache noch ein Spiel gegen Nantes, und dann beende ich diese Episode, ja, in der nächsten Episode, hauen wir dann mal sowas rein, wie beispielsweise, das erste richtige Spiel, Panda geht mal auf die 6, Pereira darf sich auch mal präsentieren, obwohl Sakaya lassen wir mal drin, weil der in guter Form ist, Stindl, nee, Schlauthoff lassen wir auch drin, der hat sich auch gut präsentiert, Schulz, weiß ich nicht, Königsmann, Robert Almer wollte mal spielen, von mir aus kann er das machen, Teichgräber, kann er Linksverteidiger spielen, ich glaube schon, nee, kann nur Innenverteidiger, eigentlich könnte er auch Linksverteidiger spielen, müsste er zumindest können, aber gut, wir kennen ja FIFA, kann ja nichts Schulze, Rechtsverteidiger spielen, nein, aber 6er, aber da brauchen wir keinen, obwohl Prip, nee, wir lassen, doch, nee, lassen wir mal so, und Kiyotaki kriegt auch mal seine Chance hier, für Leonardo Bittencourt, auch bei Bittencourt überlege ich halt, ob ich dem verleihe, das wäre auch eine Möglichkeit, aber an sich ist er halt zu gut, um ihn zu verleihen mit 75, na, trotz, ich setze ihn mal zumindest auf die Leihliste, wenn ein guter Verein kommt, und ich sage, okay, da spielt er, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal überlegen, weil ich halt will, dass er so oft wie möglich spielt, und ich weiß nicht, ob er ein umumschrittener Stammspieler ist, wenn Kiyotaki und Prip noch da sind, aber egal, Gastspiel bei Nantes, wir sind auswärts normalerweise nicht so stark, haben wir jetzt auch nicht die allerbeste Helf auf dem Rasen, aber vielleicht wird es ja trotzdem was, Gillo Bocci, Sisoko, der Perfect Link in der Innenverteidigung, bei Nantes, Die hat gleich mal getroffen, fürs Stuttgart gegen Sunderland, wen haben sie da noch, Bedoya Gagpé, oh, Schlauderer, Hammer, macht im ersten Spiel zwei Buden und verletzt sich, dann Briand schießt anstattdessen das 1 zu 0, Viscarondo kommt rein, Briand macht das 2 zu 0, der trifft also direkt mal doppelt, Schmiedebach für Schlauder, das heißt, wir gehen ein bisschen defensiver in die Partie, beziehungsweise in der Partie jetzt weiterhin vor, Veretout haben wir dann, der das 1 zu 2 macht, nein, Aristegueta, nachdem Veretout ausgewechselt wurde, wir beginnen noch das zweite Spiel, was sehr, sehr schön ist, ein Auswärtssieg, zum Beginn der Saison in den Testspielen gegen Nantes, ein französischer Erstligist, Schlauder wird zum Glück auf sieben Tage ausfallen, was gut ist, weil länger würde ich das nicht verkraften, einfach mental auch, und fürs letzte Spiel machen wir mal die richtige Startausstellung jetzt schon mal, Albonos ist direkt gestiegen, was wunderbar ist, Prip geht raus, dafür kommt Andreasen rein, auch wenn Schmiedebach ist eigentlich der standardmäßige Sechser, Hirsch geht mal raus, Sané kommt dafür rein, Bittencourt kommt rein für Kiyotaki, Kiyotaki kommt dafür auf die Bank für, ja, für wen eigentlich, das ist eine gute Frage, das ist eine richtig gute Frage für Teichgräber, Sakai geht raus, dafür kommt Joao Pereira rein, Marcelo kommt nicht rein, doch Marcelo kommt rein für Stankiewicius, Stindl Briok geht raus für José Lu, und das ist dann quasi unsere standardmäßige Aufstellung, Schlauder ist verletzt, hat sich schon mal für den Bankplatz empfohlen, Gülselam nicht unbedingt, aber naja, und ich würde sagen, das war es dann von dieser Episode, ich hoffe diese erste Episode von Manuver 96 Karrieremodus hat euch gefallen, wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich darüber freuen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann, haut rein, und ciao.